Test 1, 2, 3, 4. Was haben Sie heute zum Frühstück gegessen? Filmen, schneiden, Interviews führen, Drehkonzepte schreiben, das macht irrsinnig viel Spaß und ist ein wahrer Traumjob. Das ist ja super! Noch einmal. Braucht mehr Emotionen. Durch meinen Job als Videojournalist habe ich schon viel von der Welt gesehen und das ist auch gut so, denn ich liebe es zu reisen. Ich bin richtig süchtig danach, vor allem nach Südamerika und da ist natürlich immer die Kamera mit dabei. Speed Rollerball ist meine große Leidenschaft. Da gebe ich einfach alles und hechte jeden Ball hinterher und genauso ist es bei mir beim Filmen. Ich liebe es, schöne Bilder aufzunehmen. Dafür kletter ich auf Wände, Filmaus fahrenden Autos hinaus. Ich gebe einfach am liebsten alles für ein richtig gutes Bild. und dann arbeiten, First up. 하면 los. Es ist ein Wrapp.